Das Hotel Sandmann in Revelstoke liegt in Revelstoke in Britisch-Kolumbia. Die meisten Gäste des Hotel Sandmann in Revelstoke würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 75%. 10 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 10 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer Mit 5,1 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Service 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke, sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,6 Sonnen bewertet. Lage und Umgebung Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,6 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, es geht um zufrieden und vergeben, um zufrieden und vergeben, wie Sie des Tages erwarten. Ich finde, es geht um zufrieden und vergeben, um zufrieden und vergeben, um zufrieden und vergeben. Das heißt, es geht um zufrieden. Die Gäste steigen, die Gäste steigen. Und das ist, dass sich ein Bühbauf und Joker direkt bei den Gäste steigen. Untertitelung des ZDF, 2020